Bonjour Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part, damit auch zu dem Pokalspiel im Viertelfinale. Wir erinnern uns, wir sind an eine Runde weitergekommen und im Pokal ist unter anderem schon PSG ausgeschieden. Und zwar, ich glaube sogar gegen Korn, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gegen unseren nächsten Gegner. Die sind 6. in der 2. Liga und die haben gegen La Berigeant gewonnen, aber auf jeden Fall PSG draußen. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte damit. Das heißt, dass man durchaus vielleicht Chance hat, sogar ein bisschen weiter noch zu kommen. Dazu müssen wir über diese Hürde drüber. Und wir haben jetzt noch 3 Tage Zeit, uns hier vorzubereiten. Wir müssen leider auf Bar B und auf Gregersen verzichten, also eigentlich auf unsere Stammspieler in der Innenverteidigung. Nur Janicek natürlich, da mittlerweile schon etwas besser unterwegs. Der Laurier Schaube möchte gerne von Grenoble zurückgeholt werden. Junge, du wirst bei uns deswegen auch nicht mehr spielen. Junge, du hast da unterschrieben. Du wirst es überleben. Wie gesagt, er würde bei uns jetzt nicht mehr spielen, dementsprechend vielleicht keine schlechte Idee. Da haben wir Louis-Jean, der ja ein bisschen unzufrieden war, dass wir ihn nicht zu Everton gehen haben lassen. Kann ich ja eh auch in gewisser Art und Weise verstehen. Aber vielleicht stimmt es ihn um, wenn wir in diesem Jahr sehr erfolgreich sind. So, jetzt sind gerade Spieler von der Auswahlliste gestrichen worden. Schauen wir uns die nochmal kurz an. Jo, das passt. Ach, ich liebe den Namen. Der ist eigentlich ein gutes Talent. Ich würde den ehrlich gesagt auf der Auswahlliste lassen. 19 Jahre jung. Ganz in Ordnung, finde ich. So, viele Zuschauer erwartet. 14.000 für das... 34.000 für das Pokalviertelfinale. Und, so, wen machen wir nicht verfügbar... Also, wen machen wir verfügbar? Für die zweite Mannschaft, für das Testspiel. De Pouso und Stracik. Und Gruner kann im nächsten... Wobei ist das nicht so ein ganz... Ja, der 16.000, den machen wir nur für die 19.000 verfügbar. Die spielt er auch regelmäßig. Halbfinale im Pokal. Die Auslosung überspringen wir. Also, wir würden treffen auf... Trommelwirbel. Auf... Trois oder Oxer. Wir könnten tatsächlich ins Pokalfinale kommen. Wir müssen unbedingt gegen Korn gewinnen. Utara steckt wieder ins Training ein. So, jetzt haben wir noch ein paar Scoutings. Alex Ubar. Leider nicht das schnellste. Das ist für das zentrale Mittelfeld gut. Von den Fähigkeiten her. Den würde ich eher nicht als Rechtsverteidiger sehen. Aber ich scout den mal voll. So, der hat nur eine 3. 3 plus kann man schon scouten. So, ich mach das jetzt gleich so. Sofian Belarabi. Silkeborg. 16 Jahre jung. Aus Marokko. Toller New Gen. Den werden wir gleich auf die Ausfallliste packen und fertig scouten. Da haben wir vielleicht jemanden guten entdeckt. So. Stracik nicht verfügbar. Der war jetzt in der zweiten Mannschaft aktiv. Und dann haben wir jetzt eben die Situation. Barbe und Gregersen verletzt. Dementsprechend heute Janicek und Kaldara in der Innenverzeitigung. Eposé nicht links, sondern Ekommier. Klünter haben wir schon gesagt darf heute spielen. Ich würde sagen, dass wir den Bernede auf die 6 spielen tun, weil Sisoko auch mal eine Pause verdient hat. Dann werden wir den Houdin Fineris spielen lassen, aber der Fineris vorne als Stürmer. Dass wir ein bisschen frischen Wind da reinbringen. Ribeiro könnte man jetzt dann auch schon langsam, aber sicher, wieder in die Mannschaft bringen. Ich hab keine Nummer. Da war doch nichts frei. Okay, jetzt hat Buffon die 39. Vielleicht habe ich mir auch verschaut. Buffon auf jeden Fall auf. Der Ersatzbank. So, Pokalfinale. Leute, Daumen drücken da zu Hause. Ich brauche euch jetzt. Der Pass von Bernede ein bisschen zu weit. Den dürfte er nicht gehabt haben. Feucht bei 15 Grad. 35.000 Leute im Stadion. Und kaum mit den ersten drei Torschüssen. Von uns kommt noch gar nichts. Bernede jetzt auf Elise. Erkommier. Erkommier. wird das Korn ja nicht sein. Neris mit dem Seitenwechsel. Uda. Ignatenko. Wieder Uda. Und da ist Ignatenko. Pablo Neris bekommt den Assist. Gut geschrieben. Im Endeffekt, glaube ich, wollte er den einfach selber machen. Und wir gehen mit 1-0 in Führung. Verdient würde ich jetzt nicht sagen. Da sehen wir Uda. Also Neris wollte einfach schießen. Aber er bekommt den Assist gewertet. Das ist gut für sein Selbstvertrauen und die Form, würde ich mal sagen. Also alles in Ordnung. So, Ignatenko mit dem starken Pass in die Tiefe. Uda. Da ist Elise. Aber der Pall kommt nicht präzise genug. Erkommier mit der Flanke. Janicek ohne Probleme. Elise. Da ist Neris. Kommt da noch überraschend irgendwie an den Ball. Also was ich finde, was Neris jetzt so gut macht, was man so in den ersten Spielen erkennen kann, ist, wie der in diese Situationen reinkommt. Also der hat echt ein Gefühl dafür, wo der Ball hinkommt. Und der ist dann auch extrem bissig in diesen Situationen. Hier sieht man es wieder zweimal. Und er macht das Tor. Sein erster Treffer, Pablo Neris. Er gefällt mir richtig gut. Ich finde, der sieht sehr vielversprechend aus. Also hier sieht man die Situation. Da ist er giftig im Zweikampf. Lässt nicht locker. Und dann eben auch hier. Gedankenschneller als die anderen. Guter Antritt. Das sind gute mentale Werte, die er hat. Also da ist halt alles grün. Also Baci wird er nicht aus der Mannschaft vertreiben. Aber wir werden ihn wahrscheinlich am Flügel dann langsam mit Uda tauschen. Aber das ist ja auch das, was auch in den Kommentaren geschrieben wurde, dass es dann schon ganz gut passt, wenn du dann halt auch in der Breite so gut aufgestellt bist. Also so kannst du es dann halt auch schaffen, dich irgendwann oben zu etablieren. Und ich meine, Elise, was machst du halt wirklich, wenn ein Baci länger ausfällt? Also dann musst du halt mit Ribeiro spielen oder hätten wir mit Ribeiro spielen müssen oder mit Elise. Und so haben wir jetzt dann vorne halt auch eine richtig starke Alternative. Und da freue ich mich drauf. Ribeiro werden wir dann jetzt aber auch langsam wieder an die Mannschaft ranbringen. Der wird dann für Guyaghan auf der Bank Platz nehmen. Guyaghan ja nur geliehen. Und wir zahlen nichts für ihn. Also ist es dann nicht so tragisch, wenn der dann mal nur auf der Tribüne Platz nimmt. Aber ich muss sagen, irgendwie würde ich den auch gerne holen. Aber 6 Millionen ist der definitiv nicht wert. Das ist das, was mal die Option ist, die wir haben in dem Leihvertrag. Müsste man dann natürlich schauen, ob man den günstiger bekommen könnte. Jetzt habe ich gerade gedacht. Romer Thomas. Ich habe gerade gedacht, da ist Ryan Thomas. Mich interessieren, ob der noch vereinslos ist. So, Bernede, Theo, Ecomier. Guter Antritt. Guter mit dem Abschluss. Daenerys, Elise. 3-0. Das ist unglaublich. Ja, Wahnsinn, Leute. Läuft. Das heißt aber auch, dass das uns jetzt natürlich in diese glückliche Situation bringt, dass wir schon in der Pause eigentlich beginnen können, die ersten Kräfte zu schonen. Also, ich werde heute, glaube ich, Baci draußen lassen. Auch hier hat Daenerys jetzt wieder seine Füße im Spiel. Zwei Assists, ein Tor. Unglaublich. Ignadenko, ein bisschen müde. Da könnten wir dann auch eigentlich den Bogus springen. Oder Guillaume. Aber eher Bogus, würde ich sagen. Boah, das haben sie gut gespielt. War aber abseits. Leider können wir jetzt nur dreimal wechseln. Das ist gerade echt blöd. Was sagen wir denn? Was machen wir denn? Bernede nicht wirklich gut. 6,6. Wer ist denn müde? Ignadenko hauptsächlich. Dann bringen wir da gleich mal den Bogus. Und dann wechseln wir ein bisschen später dann weiter durch. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir den Janicek rausnehmen, weil bei dem ist die Belastung momentan, glaube ich, recht hoch. Und. Das ist die Frage. Also, ich möchte eigentlich im nächsten Spiel dann mit Baci spielen. Dann nochmal Baci. Oh, schade. Ja, und dann muss ich eigentlich einen von den beiden Flügeln noch rausnehmen. Und Udan oder Elise. In dem Fall wahrscheinlich Elise, der müde ist. Wenn wir den Guillaume breit bringen. Neres. Der macht das. Der Neres ist unglaublich. Zwei Tore, zwei Assists. So, ich nehme den Elise schon raus. Da bringen wir den. Guillaume. 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 Irgendwann werde ich mal den Namen merken. Mondida. Nicht im Abseits. War zwar verdächtig, aber nicht wirklich dann. und ein kleiner, harmloser Abschluss von Stade Grand. Was sehen wir sonst? OXEA, Rennes und Marseille momentan in Führung. Das heißt, jetzt keine großen Überraschungen. Marseille hat aber gerade den Ausgleich kassiert. Schauen wir mal. Kaldara und Janicek mit einer soliden Vorstellung. Die lassen gar nichts zu. Gefällt mir. Bogusch mit dem Pass zurück auf Kaldara. Janicek. Erkommier mit dem super Seitenwechsel. Da ist Uda, da ist Neris, da ist Bogusch, da ist das 5 zu 0. Also, die ersten 10 Minuten war ich wirklich nervös, muss ich wirklich zugeben. Ich habe mir echt gedacht, okay, was ist denn da jetzt los? Aber jetzt geht es eigentlich. Ich mache jetzt schon den letzten Wechsel, auch wenn es ein bisschen früh ist. Aber ich möchte dem Janicek noch eine Pause geben, weil der wird auch schon müde und den brauchen wir auch im nächsten Spiel. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt dann gegen Starter Rennen spielen, die ja auf Platz 2 sind in der Liga. Boah. Rote Karte. Da war viel Frust dabei. Heftiges Einsteigen. Bernede. Kaldara mit dem super Antritt. Boah. Also, wenn er den da jetzt rein geklopft hätte, da. Starke Aktion von ihm. Matija Kaldara. Hier aufpassen. Aber der geht alleine durch. Und macht uns auch ganz gut. Sonst irgendwas Aufregendes. Schaut nicht so aus. Das heißt, wir würden jetzt auf Auxerre treffen. Genau, ja. Und das heißt dann Starter Rennen gegen Olympique Marseille eventuell. Schauen wir mal. Da bin ich mal gespannt. Aber wir haben echt die Chance ins Pokalfinale einzuziehen. Das ist schon heftig. Also, dass der PSG gepatzt hat, das spielt uns jetzt natürlich super in die Karten. Ähm, Lyon auch schon nicht mehr dabei. Monaco nicht dabei. Also, von den Großen eigentlich nur Marseille. Und theoretisch kann man Starter Rennen da auch dazu ziehen, weil die halt einfach so gut performen im Moment. Boah, Theo ist K.O. 6,7 heute auch nicht aufregend. Ich muss schauen, dass ich den Jungs vielleicht morgen freigib. Oder Neris. Oh, der macht nicht sein Headrick. Das hätte ich ihm sowas von gegönnt heute. 10,0 an Rote. Er hat bisher in jedem Spiel richtig performt. Und ich bin echt froh, dass wir den geholt haben. Danke an den User, der das in die Kommentare geschrieben hat mit dem. Dass ich mich nicht abschrecken lassen soll von der Rolle Starspieler im Vertrag. Der ist halt auch ein Star. Man sieht's jetzt. Pablo Neris. Hat den von euch schon mal irgendjemand irgendwo gehabt? Würde mich interessieren, wie der sich so in ein paar Jahren entwickelt. Mir kommt der so bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass ich den jemals irgendwo gehabt habe. Es kann natürlich sein, dass ich den wegen einem Savegame mal gesehen habe. Aber da sehe ich halt doch recht viele Spieler. Ja, das war's. 5 zu 0. Unglaublich. Damit ziehen wir tatsächlich ins Halbfinale ein. Und das ist sowas von souveräner Manier. Und wir sehen jetzt da drin. Im Elfmeterschießen weitergekommen. Oh, das ist gut. Die sind vielleicht müde. Schauen wir mal. Neris brilliert. Boah. Pablo Neris. In zwei Pokalpartien hat er zwei Tore und fünf Assists gemacht. Das ist schon frech irgendwie. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Eventuell machen wir einfach, also das ist jetzt die Woche mit dem nächsten Pokalspiel. Das dauert jetzt dann aber eh noch eine Zeit. Das ist dann erst im März. Das heißt, wir sind jetzt hier beim Spiel ging es da drin. Erholung. Ach, das passt schon. Also, wie gesagt, dadurch, dass die ins Elfmeter schießen mussten, haben wir vielleicht mal so ein bisschen einen Vorteil. Aber das ist wirklich nicht viel. Wäre schön, wenn wir da jetzt die drei Punkte holen könnten. Kaldara zieht die Transpheranfrage zurück. Die nehmen wir an. Also, wenn er zufrieden ist, dann passt es so. Geht er auf Rotations- oder Ergänzungsspieler bei ihm. Damit kann er dann gerne bleiben, wenn er das möchte. Der wollte ja eigentlich auf Laibasis weg. Dann wollte er ganz weg. Und jetzt bleibt er. So, Tabellenvierter gegen Tabellenzweiter. Die üblichen Verdächtigen trainieren schon wieder gut. Wie schaut es denn aus mit ihm hier? Sollte man dem mal ein Debüt geben? Schon heftig. Über Zielstrebigkeit. Da merkst du dann halt einfach auch, dass der so gut trainiert. Könnte schon sein, dass der dann bald mal von Einsatzzeit profitieren würde. Die erwarten sich hier ein Remis. Sowohl die Fans als auch der Vorstand. Gut, bei Barbe ist gerade gestanden, dass wir den einsetzen können. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt müssen wir nur schauen. Spielbelastung. Ja, Janicek ist richtig hoch. Gregersen können wir auch spielen lassen. Dann mache ich es jetzt so. Ekommier ist müde, dann lassen wir Eposé spielen. Wir nehmen mit den Barbe. Also wir spielen jetzt einfach mal mit Gregersen und Kaldara. Und theoretisch könnte man dann den Barbe einwechseln. Ja, Spielbelastung ist überall hoch. Aber da haben wir eh schon ein bisschen rotiert. Also Sisoko rein. Theo ist leider K.O. Das ist jetzt die Frage. Guyaguan, Spielmacher? Ich würde sagen, wir geben dem heute die Chance. In diesem wichtigen Spiel. Oder Elise Neres. Da kommt jetzt natürlich Baji rein. Jetzt ist die Frage, über welche Seite spielen wir mit Neres. Der ist eh überall gut. Ich lasse den rechts. Jetzt haben wir wieder Frauendeuter gespielt. Ich habe komplett vergessen, das umzustellen. Habe ich gerade gemerkt. Ich lasse den rechts als Flügelspieler spielen. So. Dann haben wir Ignadenko. Den haben wir eh ausgewechselt. Also ich glaube, dass das geht. Bogus, Bernede. Theo werden wir unten lassen, weil der ist zu müde. Dann nehmen wir den Ribeiro wieder mit. Stracik wieder für Pufon auf der Bank. Der Rest sind ja größtenteils die Jungen. Beziehungsweise die Jungen und die Müden. Ah, ich kann ja noch zwei mehr auswählen. Ich bin ein Idiot. Dann nehmen wir den Janicek noch mit. Und den... Ne, den Theo nicht, aber den Kunin. Das ist der, der so gut trainiert hat. So. Es ist schon heftig gegen so einen starken Gegner. Jetzt gegen den Tabellenzweiten. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir uns da auch im ersten Spiel gegen sie geplagt. Oder es sogar verloren. Schauen wir mal, wie näher es jetzt wieder rechts als Flügelspieler performt. Ich hätte ihn ja echt lieber im Zentrum oder links außen nach innen ziehen. Aber heute braucht man ihn da. Also. Elis hier gleich mal mit dem Foul. Da haben wir schon Pablo Neris. Die Flanke ist gut. Da ist Baci. Keine schlechte Offensivaktion. Gut von Neris vorbereitet. Gut. So, zehnte Minute. Die Ecke ist da drin. Das erste gut geklärt. Da war wieder mal das Thema rausrücken. Wir posten mit dem Pass in die Tiefe. Der ist gut. Der Lies zieht nach innen. Ei, ei, ei. Aber schaut mal, wie müde sie sind. Also das... Also zum einen werden die vielleicht auch wieder nicht so gut rotiert haben wie wir. Und zum anderen... Ähm... Äh... Elis... Ah, der legt in sich zu weit vor. Zum anderen werden sie wahrscheinlich wirklich ein bisschen diese Pokalpartie spüren. Aber konzentrieren wir uns auf uns. Das ist komplett egal, wie müde die sind. Wenn wir nicht unsere Leistung bringen, hilft uns das auch nichts. Also wollte es nochmal erwähnt haben. Epo C mit dem Abschluss, der geblockt wird. Jetzt haben wir die Ecke. Die tritt wieder Ignatenko. Das ist Chefsache. Ich finde, das ist so ein cooler Spieler. Chefsache ist gut gesagt. Führungskvalitäten 8. Das ist vielleicht auch Mitarbeiter-Sache. Nicht Chef. So, Pablo Neris. Nimmst du allein mit 2 auf und macht es super. Und da ist viel Platz für Glünter. Und da ist Elise. Und da ist... Der Video-Check. Das Tor zählt. Glünter mit der Vorbereitung und Elise per Kopf. Aber wie stark hat es Neris dagegen die 2 gemacht? Und dadurch hatte Glünter, der einen super Laufweg macht, auch den Platz. Na, Wahnsinn, Leute. Das ist richtig schön anzuschauen im Moment. Damit würden wir ordentlich an sie ranrücken, aber... Es wären noch ganz schwierige 60 Minuten hier. Rausrücken. Gut von Ignatenko. Da haben wir es wieder ein bisschen verschlafen. Aber geblockt. Boah, ich bin so nervös. Pousin ist da. Ach, seid ihr müde? Geht schlafen, Jungs. bis auf den Stürmer Jeremy Doku und den Torhüter sind alle schon ein bisschen angeschlagen. Neris der Pass war super. Neris ist ein Traum Jo, es bleibt spannend. Ich freue mich über eure Leistung, macht weiter so. Wir sehen, dass Gregors müde wird, das habe ich mir schon fast gedacht, da könnten wir eventuell eine Edinburgh B reinbringen, schauen wir mal. Neris ist auch schon ein bisschen müde, da kann man Udun bringen. Ribeiro könnte man theoretisch heute auch noch bringen, vielleicht zu den letzten 20 Minuten oder so, aber schauen wir mal wie das Spiel läuft. Caldara, Goyagon, der auch unauffällig ist heute, 6,9. Noten her absolut in Ordnung. Ich bin gespannt, ob Caldara das durchhält. Ja, im Worst Case haben wir zwei Innenverteidiger auf der Bank. Und Eposé kann auch noch innen spielen, also wird schon passen. So, da haben wir wieder Pablo Neris. So ein Bordeaux-Trikot mit der Elf und seinem Namen drauf, wäre schon cool. Vielleicht gönne ich mir das am Ende der Saison. Ich habe ja eh immer wieder mal geschaut, ob da jetzt schon was im Sale ist, aber im Moment war glaube ich nichts, beziehungsweise der Sale war einfach trotzdem zu wenig und noch immer zu teuer. Kauft ihr euch oft Trikots? Bei mir ist es meist so, also ich bring jetzt mal Barbier für Caldara, äh für Gregersen. Bei mir ist es meist so, wenn ich irgendwo eben bin, dass ich da irgendwie dann ein Trikot kaufe. Baci heute nicht gut, aber dafür ist er auch nicht müde. Hm, lass mal ihn drin. Baci ist immer gefährlich. Ich weiß gar nicht, was das letzte Trikot ist, das ich gekauft habe. Doku? Also Southampton? Ne, ich glaube das ist das Österreich-Trikot, das hinter mir hängt sogar. Aber das habe ich auch massiv im Sale gekauft. Ich kann es gar nicht sagen. Aber ich spiele selbst viel zu wenig Fußball, als dass ich es dann anziehen würde, weil so zum normalen Sport machen ziehe ich eigentlich kein Fußball-Trikot an. Da habe ich dann meistens einfach irgendwelche einfärbigen Sportschirts. Doku? Ach, weih im Absatz. So, wir müssen auf die Möglichkeit achten, da sind jetzt schon ein paar Kandidaten dabei. Neris und Elise. Theoretisch könnten wir jetzt ordentlich frischen Wind auf den Flügeln in der Offensive bringen. Die Frage ist wen. Also zum einen wäre Rodrigo Ribeiro natürlich links nach innen ziehend eine Möglichkeit und zum anderen dann Uda rechts höher. Ich glaube, das werden wir machen. Damit haben wir ordentlich Qualität, die wir da jetzt frisch reinbringen können. Ich hoffe, dass das den Gegner jetzt vielleicht vor ein paar Schwierigkeiten stellt. Wir sehen, die gegnerische Verteidigung wird auch schon am liebsten schlafen gehen. Igna Tenko ist der nächste Kandidat. Wie viele Wechselphasen? Ich habe nur noch eine Wechselfaser. Das heißt, ich muss jetzt einen Doppelwechsel machen. Ja, dann wird jetzt Janicek und Bernede werden kommen. Dann sind wir fertig für heute. Glünter. Uda, wird er eventuell gefoult? Das dürfte jetzt tatsächlich den Elfmeter geben. Es war jetzt, glaube ich, nicht viel, aber schauen wir mal. Ja, das Ding zählt. Also das Ding. Der Elfmeter wird jetzt stattfinden und Remi Uda gerade frisch eingewechselt. Versucht's. Und der Torwart ist im richtigen Eck. Aber drin das Ding. 2-0. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, echt ziemlich glücklich mit dieser Mannschaft. Wir werden das Zeitspiel machen und das Umschaltspiel deaktivieren. Also, wie sage ich denn da am besten? Wir werden uns wieder neu formieren. Nach Ballverlust. Epoce macht das gut. 6,9 heute ordentlich. Bernede. Er ist halt echt kein Box-to-Box-Spieler. Aber es war halt ein ablösefreier, guter Franzose. In gutem Alter. Da konnte ich nicht widerstehen. Das klingt. Aber so als Box-to-Box gefällt einem echt nicht so wirklich gut. Also jetzt als Sechser-Backup statt Zizoko zum Beispiel passt's eh. Barbe, Ribeiro. Jetzt sind wir gleich in der Nachspielzeit. Klintatin. Bernede. Sisoko mit dem Pass in die Tiefe. Ribeiro. Schade. Schade, schade. Da war mehr drin. Ein bisschen wenig draus gemacht für meinen Geschmack. Guillermo. Aber ein bisschen Samba. Bryce Samba. Fängt ihn gut ab. So, der erste ist gut geklärt. Aufpassen auf den Rückraum vor dem Strafraum. Und da ist Doku. Und da ist das 1 zu 2. Nein, Schwan. Barbe mit dem Eigentor. Das ist bitter. Schauen wir es uns nochmal an. Apropos, da habe ich es hier schon gesagt, aber jetzt hat man es da in der Situation nochmal gut gesehen, wie langsam sie rausgelaufen sind. Also, ja. Es ist bitter. Ich würde es Barbe jetzt nicht vorwerfen, um ehrlich zu sein. Ärgerlich ist es, Sobaci behaupte ihn. Zieht es faul. Schaut euch an, wie schön der Ball da läuft. Und das war es. Wir gewinnen auch dieses Spiel hier. Wir gewinnen 2 zu 1. Im Spitzenspiel ging es da drin. Ich bin so begeistert von dieser Mannschaft. Es ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Wir sind auf Platz 4. Wir sind ganz knapp dran an es da drin. Es ist irgendwie eine verrückte Tabelle. Start Rennen so weit oben. Wir so weit oben. Start Rennen auf der 5. Dafür hast du halt Lille weit unten. Lyon, Monaco. Schon krass. Ah, ist das schön. Wahnsinn. So, was gibt es ein neues? Nils Fröhling war gut. Der ist auch ganz gut. 23-jähriger Schwede. Der Scout-Bericht sagt auch, der ist gut. Ich packe dich mal auf die Auswahl. Ist der für das nächste, für das nächste, für das nächste Jahr. So. Was haben wir hier? Herr Caspar Dahlberg hat unglaublich Interesse zu uns zu kommen. Dialo wäre halt so spannend, wenn er nicht so teuer wäre vom Gehalte. Aber da kann man nur warten, ob da vielleicht der Vertrag dann so mal ausläuft, dass wir ihn kriegen können. Gibt es jetzt natürlich einige Spiele hier. So, schauen wir mal weiter bei unseren New-Gen-Scoutings. Riccardo Segovia. Schlechte Zielstrebigkeit. So, Marcos Pacheco. Es ist Wahnsinn, wie viele Flügelspieler oder wie viele Außenverteidiger rauskommen, die einfach so langsam sind. Aber das ist für mich dann auch so ein klassischer Innenverteidiger. Dein 83 ist ja ordentliche Größe für einen 16-Jährigen. Er ist beidbeinig. Er hat eine gute Kopfballtechnik. Super Zielstrebigkeit. Ich mag den eigentlich. Packen wir mal auf die Auswahlliste. von Martino Rojas. Auswahlliste. Federico Wacca. Er schlägt sich Wacca, aber ich glaube, das wird nichts. Er hat Interesse an Conte. So. Konnte sein, dass da Bewegung reinkommt. So. Von der Zeit her sind wir schon wieder am Ende. Also von mir aus können wir den Conte gerne verkaufen. Der ist eh gerade verliehen. Schauen wir mal. Ah, sie wollen kein Angebot abgeben. Also sie hätten ihn gern, aber sie möchten nicht. Verstehe. So, Bar B braucht Spielpraxis und sie ist müde. Super Kombi. Ribero braucht Spielpraxis. Utara theoretisch auch. Den machen wir mal verfügbar. Achso, U19. Ist das oder? Ja. Egal. Bei der U19 hätte ich gleich auf immer verfügbar gehen können. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt gut sein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es war ein richtig geiler Part. Und wenn man da so reinschaut. Mit der. Ja, wenn man die Niederlage gegen PSG mal. Außen vor nimmt. Dann läuft es einfach richtig gut. Es macht richtig Spaß mit Bordeaux. Und mit euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part. Montpellier und Nizza. Danke. Ciao.